Kann eine Rente wegen Erwerbsminderung von mir frei als Teilrente gewählt werden? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Meine Damen und Herren, bei den Altersrenten ist das ja so möglich. Da kann ich ja sagen, dass ich meine Altersrente zum Beispiel ab 1. Februar 2024 als 90% Teilrente ausgezahlt bekommen habe. Dann macht die Rentenversicherung mir einen neuen Rentenbescheid fertig, zahlt mir die Rente nicht als Vollrente aus, sondern als 90% Teilrente. Jetzt stellt sich die Frage, warum geht das nicht auch bei Renten wegen Erwerbsminderung? Das ist relativ einfach. Der Gesetzgeber hat das schlicht und ergreifend für EM-Renten nicht vorgesehen. Ich kann als Rentenempfänger einer Rente wegen Erwerbsminderung diese Rente, ob nun als Rente wegen voller Erwerbsminderung oder als Rente wegen teilweise Erwerbsminderung, bitte nicht verwechseln mit Teilrente, teilweise Erwerbsminderung, nicht als Teilrente wählen. Ich habe da kein Wahlrecht, so wie es den Altersrentnerinnen und Altersrentnern in Deutschland nach § 42 SGB VI zusteht. Dieses Wahlrecht bezieht sich laut Wortlaut des § 42 SGB VI ausschließlich nur auf Altersrenten. Im § 43 SGB VI, der die Renten wegen Erwerbsminderung regelt, steht da nichts geschrieben. Das heißt also, bei Renten wegen Erwerbsminderung gibt es kein Wahlrecht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte meine EM-Rente im Jahr 2024, die vielleicht 1.500 Euro hoch ist im Monat, dann nur zur Hälfte ausgezahlt bekommen, weil ich eventuell hier steuerrechtliche Probleme habe. Das geht nicht. Das kann ich auch so nicht wählen. Die Rente wegen teilweise Erwerbsminderung ist keine Teilrente, sondern sie ist im Sinne des Gesetzes eine Rente, die Ihnen gezahlt wird, weil Sie teilweise erwerbsgemindert sind. Teilweise erwerbsgemindert sind Sie deshalb, wenn Sie unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht mehr als drei bis unter sechs Stunden pro 5-Tage-Woche am Tag arbeiten gehen können. Also Ihr Restleistungsvermögen nicht voll gemindert ist, sondern nur teilweise gemindert ist. Deswegen bitte nicht verwechseln. Das lese ich sehr, sehr häufig. Da schreiben mir die Leute, ich bekomme eine Teilrente als EM-Rente oder sowas. Nein, das gibt es nicht. Das heißt dann, Rente wegen teilweise Erwerbsminderung. Bitte nicht verwechseln mit einer Teilrente. Also meine Damen und Herren, Frage beantwortet. Sie können eine Rente wegen Erwerbsminderung nicht als Teilrente frei wählen, so wie es Altersrentner nach § 42 SGB VI vorbehalten ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.